Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wir sollten los. Wir müssen aber nirgendwo rechnen. Das ist doch totale Scheiße. Wir brauchen besseren Plan. Die Wolken brechen auf. Der Sturm legt sich. Wir müssen uns beeilen. Das gefällt mir nicht. Bist du wahnsinnig? Wir vier gegen eine Armee? Wir haben die Mission ausführlich mit Garrison besprochen, okay? Er war sich des Ries und... Nein, du hast das besprochen. Und zwar hinter meinem Rücken. Was ist dein Problem? Willst du keine Frau in deinem Squad? Ich hab kein Problem mit Frauen, aber ich hab eins mit Lübnern! Jetzt hört auf! Wir haben eine Mission zu erledigen. Denkt an die Leute auf der Valkyrie, die ihr gerettet habt. Sie verlassen sich auf uns. Fuck! Hilf mir mal, Rekka. Ich traue ihr nicht. Sie verpäppelt was. Da hat sie im Auge. Weiter geht's. Ich glaube, ich kann die Zugzeuge sehen. Allerdings keine Militärmaschinen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wie sie rauskriegen. Los, der Sturm wird nicht lange anhalten. So fühlt es sich aber nicht an. Okay. Hinter die Autos. Bewege auf Forad! Bewege auf Forad! Geil sie auf! Stimmengewirr Was ist das? Okay. Okay. Wir holen dich raus. Hilf mir mit dem Ding. Ich versuch's. Verdammte Brücke, schieh! Okay, Steffen, dein Arm schrei. Kontakt! Er schiebt auf die Seine. Der schieftiger Treffer. Ziel am Boden. Gut. Okay. Okay, zurück zum Wagen. Pack, schlag das Fenster ein. Heller, überprüft die Handbremse. Auf drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wir haben nicht. Wir müssen von dieser Brücke. Es ist zu gefährlich. Wir lassen dich nicht zurück. Hier bleibt keiner zurück. Schieb! Gib mir einfach deine Hand. Das muss doch gehen. Dieser Klapp, das nicht passt. Hängt er irgendwo fest? Der Gurt, er hängt den Gurt fest. Dann los. Halt, was ist das? Halt, das ist Schatz! Hört ihr euch! Halten wir nicht, schau sie an euch! Leucht, lasst du nicht! Halt los! Lass mich, los! Gah! Das scheiß Wasser war arschkalt! Sag mal los, der elende Sauleiner! Patrouille, drei Gegner! Aus der Kanalisation? Hör zu, wir sind direkt unter dem Flugfeld! Es ist unser Weg, Freie! Das ist unser Weg! Wir sind sehr schnell zurück! Wir werden nicht mehr als Sieg. Das ist unser Weg! Das ist unser Weg! Das ist unser Weg! Das ist unser Weg! Das ist unser Weg, in einer Kanalisation zu sein! Fühlt sich gut an, aus dem Sturm raus zu sein! Hast du die Flers, Peck? Keine Sorgen, hab ich! Okay, Peck. Was jetzt? Wir müssen nach oben, um die Koordinaten zu bestätigen! Nein, nein, wer hat dich denn gefragt? Ich will es von jemandem hören, dem ich vertraue! Okay, Koordinaten bestätigen! Signalpistole abfeuern und verschwinden! Schaffen wir! Wie sieht's aus? Ja, Bodenkrow und ein paar Schützen. Das ist mein Besuch. Es geht. Loser! Teichert! Loser! 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 Echt auf Wohl! Echt auf Wohlwöse! Ihr habt schon. Dichtern! Dicht auf Wohlwöse! Da müssen wir gleich dann! Achtet! Schaktuell! Los! Scheiße, eine Blitzranate! Okay. Da ist eine Überführung zum Haubtangar. Trepperhof, Rekord. Was denkst du denn? Wir sind in der Nähe eines Haubtangarfs. Du hast hier nicht das verdammte Kommando, Hanna. Ach, sehr. Komm schon, Leute, hier lang. Ganz genau, Hanna. Du hast nichts für mich getan. Wo ich herkomme, muss man sich Vertrauen verdienen. Wir müssen angreifen. Feuer einstellen, Vater. Du hast die Kräufe aufgewacht. Ja, das ist. Sieht nicht gleich. Ich bin der Kräufe aufgewacht. Ich bin der Kräufe aufgewacht. Los, das Ding geht gleich hoch! Alter, verschlägt's! Sauber, Sir! Achtung, ich schieße es! Alter! Gib mir das! Kein Problem! Versteht sich das Treffer! Versteht sich das Treffer! Okay, schieße! Okay, schieße! Versteht sich das Treffer! Versteht sich das Treffer! Die machen uns fertig! Versteht sich das Treffer! Wir sind tot am Rang! Schnellt sie ab, bevor sie aufschirmen! Schnellt sie ab! Schnellt sie ab! Komm schon! Immer weiter! Nicht von den Slumbern schließen lassen! Okay. Laut uns, das Treffer! Alle klar! cyanide, zwei, drei, vier! Was ist ein pleaseer aleges Mann? Gonna be. Ich habe schon alle Leicht auf dem Kothar-Cómo fertig. Ah! Greifen Sie! Achtung! Da geht's raus! Los in den Wagen! Bist du bereit, Peck? Ich muss die Fähre jetzt abfeuern! Warum zum Hacker fährst du? Schick sie in die Hölle, Garrison! Okay, los, los, los! Herrmann, lass den Wagen! Was machst du denn? Sabotage? Schick sie in die Hölle, noch mal! Komm schon, komm schon! Was zum Hacker tust du da? Da kommen sie! Los, fahr! Fahr! Ach, 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 ach! Was verdammt! Kriegfahrer! Los! 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 Acht! 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 Peck! Peck! Wach auf, verdammt! Peck! Jetzt lass dich, Scheiße! Komm schon! Peck! Was zum Henker? Du Elende! Wach auf! Wach auf! Wach auf! Wach auf! Sorry, Recker. Aber ich habe keine Wache.